wie viele bundesländer hat deutschland was geht ab leute man wieder hier am start und heute mit dem brug weil meine seiten legen auf erbarmungslosigkeit leute wenn ich erbarmungslosigkeit sage dann wirklich erbarmungslos ihr wollt es nicht sehen auf jeden fall werden wir heute auf omme tv idiotentests durchführen und wir werden gucken wie schlau bzw wie dumm die leute sind in diesem sinne ohne viel reden let's go wie heißt barack obama mit nachnamen okay gut martins eltern haben drei kinder trick tick und okay gut also martins eltern haben drei kinder tick tick und okay okay nächste frage wie heißt barack obama mit nachnamen obama okay okay also erste frage martins eltern haben drei kinder trick tick und wie heißt barack obama mit nachnamen obama wie viele bundesländer hat deutschland ja aber deutschland hat auch noch mal verschiedene bundesländer und also innerhalb deutschland und zwar wie heißt barack obama mit nachnamen obama ok 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 gut ich weiß nicht keine ahnung nochmal nochmal welcher tag ist übermorgen wenn vorgestern der tag nach dienstag war dino so und so so Morgen? Okay, egal. Nächste Frage. Ja, ich bin bereit, ich bin bereit. Martins Eltern haben drei Kinder. Tick, trick und? Tag. Okay. Welcher Tag ist übermorgen, wenn vorgestern der Tag nach Dienstag war? Nochmal wiederholen. Der Tag nach Dienstag, also vorgestern Mittwoch. Dann war gestern Donnerstag, heute Freitag. Und übermorgen ist dann Sonntag. Okay, gut. Du bist die Erste, die das einfach alles hinbekommen hat. Deswegen, warte, mein Applaus nochmal. Dankeschön. Dankeschön. Wie heißt Obama mit Nach-Nach? Oh, ich wollte gar nichts sagen. Egal, egal, egal. Komm, machen wir weiter, machen wir weiter. Die vorletzte Frage. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Oh, Scheiße. Schätze Eifer, Schätze Eifer, ist egal. Schätze Eifer dann. What did you say? Wie viele Monate im Jahr haben 28 Tage? Alter. Hä, bist du dumm? Hä? Hä, das war's. Hä, ist das nicht der Februar? Wie viele Monate im Jahr haben 28 Tage? Hä, das war's. Also, es ist bei dir, der Januar geht nur bis zum 27. Ach so, oh. Ja, da schau's auf mein Leben her. Also, ihr habt gesehen, oh mein Gott, was für Leute da unterwegs waren. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da. Ihr könnt ihr gerne auf Insta auch schreiben, Verbesserungsvorschläge, beziehungsweise was ich als nächstes machen soll oder ob ich das weitermachen soll. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Video. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out.